Keine mitzeigen, wir sitzen beide noch im gleichen Raum Mein Fehler ging zu weit, aber deiner auch Yo Leute, was geht? Heute mal ein etwas anderes Video Und zwar geht's darum, meine Musik gibt es jetzt endlich auf Spotify Das heißt, ihr könnt endlich meine Musik streamen, wenn ihr unterwegs seid Wer mich noch mehr unterstützen will, die Songs gibt's ebenfalls auf Amazon, iTunes und Google Play zu kaufen Für 9,99 Euro, das sind 11 Songs Was gibt's noch Neues? Ich hab einen eigenen Online-Shop mit Merch Hoodies, T-Shirts, alles mögliche Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, vielleicht ist was dabei für den einen oder anderen Und Leute, ich zieh um, es gibt ein neues Studio, geilere Qualität, neues Equipment, alles mögliche Ich wollte nochmal Danke sagen, wir sind über 30.000 Abonnenten mittlerweile Das ist einfach unfassbar geil Und ich freu mich auf jeden Fall auf die nächste Zeit, auf die nächsten Tracks, die kommen Danke für eure Unterstützung Schaut im Shop vorbei, schaut bei Spotify vorbei Morgen kommt wieder ein neuer Song Viel Spaß damit, macht's gut Leute Tschüss Musik 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 Vielen Dank.